Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 5. Juni 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 830 und heute mit den folgenden Themen. Neues Design, Samsung-Kreditkarte, 1600 Lumen, Video-Editor und Unschärfe. Ich beginne gleich mit dem neuen Design. Das bekommt der Xbox Store auf der Xbox, den neueren und logischerweise auch auf dem PC verpasst in nächster Zeit. Denn da wird aktuell unter dem Projektnamen Mercury eben der Xbox Store komplett neu umgesetzt. Wer Interesse hat, sollte mal auf den Link, der bei uns in den Shownotes oder auf daily.geektalk.ca vermerkt ist, vorbeischauen. Da auf Dr. Windows gibt es ein tolles Video dazu, wie der Store aktuell ausschaut. Ist alles noch in der Umbau- und Aufbaufase, aber schon sehr schön umgesetzt, wie ich finde und richtig modern gemacht. Auch wird die Xbox-App für Windows 10 überarbeitet. Die lohnt es sich aber aktuell noch nicht zu installieren, denn da gibt es aktuell nicht wirklich was zu sehen, ausser ein bisschen Werbung für die aktuellen Spiele-Dienste, also den Xbox Game Pass zum Beispiel. Weiter geht es mit einem Thema, das wir in der Geek Talk News-Folge schon mal hatten, vor einer kurzen Zeit. Samsung wird ja per Sommer diesen Jahres eine eigene Kreditkarte auf den Markt werfen, die in Zusammenarbeit mit Sophie passiert. Und da gibt es jetzt ein paar Neuigkeiten dazu, wie das Ganze funktionieren wird. Es gibt Anreizsysteme, der Kunde bekommt ein Konto mit Zinsen und normalen Dienstleistungen etc., was alles so dazugehört. Das Ganze startet aber leider erst in den USA, ähnlich wie Apple Card das schon getan hat oder die Lösung von Paypal oder genau genommen Venmo. Und ja, wir dürfen gespannt sein, wenn das und gerade die Dienste dann auch zu uns kommen werden. Wer auf LED-Lampen setzt, der hat sicherlich schon mal festgestellt, dass die relativ schwach sind, was die Lichtintensität anbelangt. Die meisten haben sich so bei 806 Lumen getroffen, dass über alle die Marken, die es so gibt, einzig LiveX, ein Hersteller, den wir auch teilweise im Test haben bei uns, ist mit einer Lampe bei 1100 Lumen angelangt. Das schon vor einem Weilchen, ansonsten gibt es da keine wirklichen anderen Optionen. Aktuell soll Philips Hue an einer neuen Birne dran sein, die 1600 Lumen hell sein soll und das wird dann schon deutlich interessanter. Was man aber dazu sagen muss, die Farbtemperatur ist da fix auf 2700 Kelvin und das kann man auch nicht ändern. Das ist ein normales Leuchtmittel, ist kein Ambience-Produkt, wie man es von Philips Hue kennt. Von dem her dürfte der Test sicherlich spannend sein, wie das Ganze dann in der eigenen Wohnung, wo man es auch immer nutzen möchte, funktionieren wird. Kommen wir noch zu Telegram. Der Messenger hat jetzt neu auch eine verbesserte GIF-Funktion und das für Android und iOS, also auf beiden Plattformen und es wurde jetzt auch ein Video-Editor eingebaut. Somit kann man darin auch gleich die eigenen Videos anpassen, schneiden und so verwenden, oder versenden, besser gesagt, wie man es dann eben auch haben möchte. Und zu guter Letzt bleiben wir noch bei dem Messenger. Dieses Mal ist Signal. Der hat ein neues Feature gebracht, nämlich kann man hier jetzt unschärfe in ein Bild reinbringen. Wenn man irgendwelche Leute fotografiert auf Festivalitäten, obwohl das passiert aktuell eher weniger, müsste man fast sagen Demonstrationen, dann kann man damit eben Gesichter, die nicht unbedingt drauf müssten, unkenntlich machen. Ich glaube, da könnten sich einige andere Messenger auch eine Scheibe davon abschneiden. Stichwort Bilder von Kindern verschicken und solche Geschichten. Das wäre auf jeden Fall was. Besten Dank fürs Reinschauen. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr nicht arbeiten müsst, ein schönes und ruhiges Wochenende. Ansonsten, ja, bis bald wieder und nächste Woche ist der Achim voransächlich wieder für euch da. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.